Jupp, hab auch mal grad gestartet, wird ja dann passend geschnitten. Oh mein Gott, die aufnehmen, aaaaaaah! Ich heiß schonmal alle User von PCTV willkommen. Heute gibt's ein kleines Crossover mit Daywalker LP, mal Just for Fun, Left 4 Dead 2. Mal sehen wir uns schlagen werden, ich schreiche weiter an Daywalker. Ihr seid alles so hübsche Ponys. Ja, du kannst mich auch mal gerne haben, auch von unserer Seite an. Hallo und herzlich willkommen an die Jungs von PCTV Let's Play. Mit dabei ist unser Herr Raffi, AirDragonHK, wieder mal dabei. Das ist der hier, das Gelbe hier. Ist gelogen. Ist gelogen, was man hier alles unterstellt kriegt, ey. Von unserem Team ist der Thomas und der Chris dabei. Und Daywalker LP, das ist einmal der Daniel. Nur zum Verständnis, nicht dass ihr euch wundert, das ist Sache, dass der Raffi was Gelbes ist. Ich habe einen Mod installiert, dass das alles aussieht wie My Little Pony. Einige Autos verfügen über eine Alarme. Ja, und dann haben wir richtig Party. Achso, dann gibt's richtig Party. Ja, der sagt das schon. Don't shoot the car. Ja. Dann gibt's richtig Party. Dann kommen sie nämlich alle. Mhm. Oh ja, bitte. Hätte ich irgendwie gerade Bock drauf. Dann haben wir ein richtig dickes Income. Ja, hier an der Stelle ist das Mist, weil... Da ist ein Boomer? Eben. Oh, oh. Oh, oh. Ne, oh. Da war ein Boomer. Oh, oh. Jetzt kommt's richtig hart. Irgendjemand hat das Auto gerade aufgemacht. Ja. Ja, das war eben. Jetzt haben wir Party. Ich hab ihn schon gehört. Ja. Wenn wir uns hier irgendwie auf der Treppe hier verschanzen, ja. Hey, komm mal her hier. Genau. Auf die Brücke. Ich versuche es. Fahr raus im Weg. Oh, oh. Raffi hat den nächsten gezündet. Aber geh da weg. Ich schmeiß ne Nolli. Ja, ich hab auch schon einen geworfen. Au, au. Eis, Eis. Geh weg, geh weg. Ah. Ich hör's ja. Ja, wir sollten uns... Die haben hier vorne im Pavillon. Ja, ver... Wir sollten die Lampen ausmachen und dann vorbei. Freut sich besonders, wenn wir sie anleuchten. Ja, soll ich in meinen Kopf schießen? Na? Okay, irgendeiner hat... Ah, nein! Nefarius! Ja, ich glaub, ich war das. Ja, stand ja auch, ja. Mal böse ich halt gesetzen. Ist doch schon tot. Oh, nein! Ich bin abmahnt. Hilfe! Oh, nein! Erstmal den... Erstmal den... Oh, nein! Tank auch noch! Oh, leck mich an den Arsch! Ah, das gibt nichts mehr dann. Wenn jetzt noch ein Tank dabei ist, dann haben wir ein Problem. ... Steht, run! Sie ist derweilen magischen... ...werden Sie auch nicht wiederbelebten. Danke! Muss nachladen. Echt? Ich renne hier mit der Kettenweg durch. Okay, start shooting me. Los, mach aufhören! da kam eine rohbombe ich komme nicht mehr ins left von dead rein, wollt ihr mich verarschen? inwiefern? ja wenn er im desktop war, spackt das manchmal rum, ist aber ein bug, das ist ein bug von steam halt ist von so, ich hatte es von uns auch minimiert und wie kommt es da wieder rein? in der server so, wieder da runde, wollen wir kurz in die aufnahme reinschauen ach, gibt es nicht, nur weil mehr jungen frauen ausschwimmen wollen ich merke schon, du bist raus geflogen aus unserer runde das ist super, ja, ich muss einen neuen server aufmachen ja, jetzt bist du komplett raus, dann töten wir einfach mal rochelle schnell wenn man töten muss, dauert ewig bis man... nicht wenn du drauf schießt, hier ist der munition left4dead keine rückmeldung, taust beenden das sieht aus, hier vergewaltigt das bär abbrechen, keine lösen suchen abbrechen, keine lösen suchen so, und left4dead neu starten mach dir ein Herzchen mach dir ein Herzchen warte wir können ja eine neue Session aufmachen mit dem Sicherheits- Start mit Sicherheitsraum hier, oder? warte, warte, warte so, und das ganze Spiel von vorne? ha 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 Moment, warte mal ah äh, rauchen wir nicht irgendjemand anderes ist jetzt da, aber ich weiß bloß nicht wer komm rein komm rein der hat mich zum helf du wäckli gehörte du wäckli gehörte ja, und der hat wahrscheinlich gleich getötet, wenn ich online bin, danke ha 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 wer ist damit einverstanden, Rochelle ist unser Opfer? hey, hey, ich bin wieder da ha 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 Rennsaft? ja ha 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 oh shit so, warte mal ein Headshot da still stehen halten einmal meine Nische und zweimal so Aua bin halb tot danke meine äh, sei froh, dass du überhaupt lebst ich hab dich mit dem Defi wieder geholt sonst wärst du schon nett sonst wärst du komplett tot du kommst hier mit rein hey aha der ist über dich gesproken meine Güte da liegt ne Waffe unten und die kann ich immer wieder aufheben ja, kratz ja, leck nett aber wieso steh ich hier an der Tür und sag du kommst hier nicht rein, das ist doch der Part von jemand andre ja, ja ja, ja ja ja, wir haben hier keinen Hakan ne, aber Türsteher ne, aber Türsteher ante wer hat sich schon entsorgt aber das Katana ist schneller, oder? ja, absolut witch ja, die hockt hier ja, wer hat sich ja, kratz ja, ich ja, das war mir klar das ist 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 ja, ich du bist masch' man meine mögen du dog du du sc schlabbert hänge in der ecke ich war gerade eben vollgeheilt ja ich auch sicher dass wir auf normal spielen ja krass hatte ich das nicht in erinnerung dank 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 so stop wir müssen jetzt es kommt noch einer und ein boomer irgendwas hat mich gerade angeschlossen aber noch erledigt denkt er kommt gerade auf uns jetzt ist denkt man ja wie ein auto was kurz vor allem stehen da oben ist noch ein halber tag das nächste mal wir spielen wir schaffen das zu viert nicht das heißt du musst hingehen und die uns aus dem Hoppen entgegenkommen wir helfen dafür 3 fällen alle Der wird sich nicht wieder verarztet. Jetzt habe ich zwei gegen dich. Das ist so geil. Ich muss nachladen. Komm ich brauche scheiß verbügt oder? Geh nie los. Hallo. So jetzt machen wir den weiter. Ja. Ich hab den wirklich sogar noch durchgesetzt. Und tschüss ihr zwei. Ja, ich würde sagen wir unterbrechen an dieser Stelle glaube ich wirklich mal die Aufnahme. Alter, guckt euch diesen Gesichtsausdruck an. Du lächelst. Okay, ich hoffe euch hat es gefallen, wie wir hier so ein bisschen rum gefällt haben. Und die ganze Zeit Nonsinn geredet. Ja, wenn es gefallen hat, lasst mir immer gerne ein Däumchen da. Falls nicht geschehen, Abo, Kommentar. Und guckt bei den anderen zwei Chaoten auch mal vorbei. Wie gesagt, den Link packe ich in die Beschreibung. So, jetzt haben wir es geschafft. Ja. Okay. Haut da rein. Haut rein, Leute. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschaui. Tschaui. Haha, du killst mich nicht, ich bin im Hauptmenü. Ja. Hahaha, du killst mich nicht, ich bin im Hauptmenü. Wie geil. Hahaha. Puh, drei. Haha. Hوق. Puh. Puh. Puh.